so herzlich willkommen zurück zu wrc7 ja ich habe jetzt eine neue karriere angefangen weil ich habe es natürlich nicht eingesehen diesen dnf zu akzeptieren also habe ich eine neue karriere angefangen da bin ich ungefähr auch die gleichen zeiten gefahren die letzte stadt die dritte korsika strecke die waren ein bisschen schneller und bei der ersten strecke war ich eine sekunde langsamer und bei der zweiten weiß ich jetzt gar nicht genau ja jedenfalls relativ ähnlich und ich bin am ende zweiter geworden müsste sich eigentlich auch in etwa dem decken was ich vorher hatte leider haben sich natürlich wieder ein bisschen was paar dinge geändert zum eines ziel ich musste diesmal im gesamtergebnis 22 bloß werden und ich hatte andere tageszeiten bei korsika allerdings keine nacht aber eben halt dämmerung und so geschichten irgendwie läuft das hier gerade nicht so oder soll es einen trick geben na gut wie auch immer ja vor dem patch lief das fbs mäßig besser aber gut nehmen wir es mal so hin nur leider gottes ja hier muss ich fünfter werden ich glaube das ist gleich scheint hier anders zu sein oder wp1 wp2 kann ich mich so nicht daran erinnern ich glaube ich hatte nämlich erst die wp1 und dann die doppelkombo oder ich glaube dass das jetzt diesmal anders ist hier ist aber wieder gute fps na gut dann passt es ja so ja ich habe mir das jetzt so überlegt dass ich jetzt jedes mal den spielstand sicher nach jeder aufnahme und jedes mal wenn das hier abkerkt dann werde ich das laden weil ich sehe es halt wie gesagt nicht ein so ein eine idee habe ich noch drin ich habe die übertaktete grafikkarte auf die werkseite die übertaktete taktraten zurückgestellt ja es wäre zwar das allererste spiel bei dem das ein problem darstellt aber wer weiß man geht ja alle möglichkeiten durch dieses spiel hier irgendwie mal zu überreden zu funktionieren so platzierung sieht es aktuell so aus weil ich ja italien bin ich glaube die andere sehe ich jetzt nicht mehr leider nö doch könnte man irgendwie auch sehen glaube ich egal scheiß drauf ich gehe jetzt mal weiter ich komme jetzt zurück achso genau so sollte das abkacken dann dann lecken mich so so der erste unterschied ist schon mal dass wir das nicht in der nacht fahren ja ich kann es leider nicht ändern es ist leider so wie es ist es ist jetzt ein bisschen anders alles aber ich habe es halt nicht eingesehen ich habe es nicht eingesehen ein dnf zu akzeptieren wenn das spiel abkackt ich denke das kann man verstehen 30 spät rechts innen halten obwohl ich glaube die erste war tatsächlich noch war ja tatsächlich noch oh das ist gerade rutschiger als ich dachte aber die erste ist glaube ich tatsächlich noch so gewesen ach du liebe es bisschen ok das machen wir gleich nochmal neu ich muss mich daran gewöhnen dass das nicht wie kursiker ist so Neustart jetzt auslassen und bedenken dass es schotter ist dann kriegen wir das auch hin Achtung links 3 über Bodenwellen rechts 5 vollbreitung links 3 links schneiden öffnen sich und noten spät rechts 40 links 5 lang 30 rechts 5 rechts 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 links links rechts links links liegt Ich bin eh zu langsam für die KI, das weiß ich jetzt schon. Das habe ich nämlich schon mal schneller hinbekommen und war trotzdem zu langsam. Also wissen wir, wie das Endergebnis ausfallen wird. Aber schön aussehen tut es hier, ne? Was mit dem Spiel hier lassen? Oh, Alter, nein. Gut, jetzt, ja gut, das darf gar nicht passieren, das hat uns sofort verschissen bei dem Spiel. Hier, wenn sowas passiert, das ist leider bei dem Spiel überhaupt keine Option. Noch weniger als bei Dirt, aber was soll's. Boah, echt keine gute Runde hier. Rechts drei, nicht schneiden. Behegst dich, im Spitzling, 40. Links drei, kurz, 40. Rechts drei, nicht schneiden. Rechts drei, lang, hin, geschafft. Ach, nein. Oh, was ist das? Ich glaube, das darf ich neu machen. Das kann ich, glaube ich, echt nicht so lassen. Sechster. Ach, Mensch ey, das lief ja gar nicht. Ach, du Scheiße, nee. 2,56 war mein besseres. Ja, hätte ich es zumindest dahin geschafft. Was fahr ich nochmal, ey? Das war... Ach, was ist das nicht? Die Taste für nochmal. Das ist halt auch wieder die Frage. Was ist die Taste für nochmal? Aha. Wollte ich ja genau die richtige bekommen. Die Strecke war eh so kurz. Jetzt machen wir's mal vernünftig. Tut mir leid, viel Neustart zu haben. Ich muss echt mal wieder reinkommen. Ich hab das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Wir schauen uns jetzt nochmal ein bisschen besser. 30, Achtung! Links 3, über Bodenwellen. In rechts 5, Vollbrennung. In links 3, nicht schneiden. Öffnet sich. Und Toten. Spitz rechts, 40. Links 5, Plan 30. Rechts 6, in links 5, 50. Rechts 4, Beengung. Überkuppe. Der Land. Rechts 3, Vollbrennung. In links 3, Vollbrennung. Rechts 4, Plan. Überkuppe. Öffnet sich. Links 4, Vollbrennung. Überkuppe. Rechts 3, Vollbrennung. In links 4, Vollbrennung. Bergab. Nein! Ach, come on! Ach, darf ich schon gar nicht mehr. Ist ja nett. Es ist jetzt ja traurig. Okay. Oh je, dann hätte ich das vorige Ding behalten sollen. Das ist jetzt ja richtig Käse hier. Ach, komm ey. Kannst nicht mehr noch... Ach, scheiße. Äh, jetzt richtig Käse hier. Nee, nee. Das ist halt das Risiko, wenn man neu startet, ne? Das hat mich jetzt aber ein bisschen gewundert, weil ich dachte eigentlich, dass ich noch einen zweiten Neustadt hätte. Bin zuf gehabt, aber nö. Der scheint leider nicht so. Gut, man kann sich da also auch selber mit anscheißen. Nichts nicht. In links 4, kurz, 50. Rechts 4, innen halten. In links 3, kurz, 30. Bittling. Überkuppe. Links 5, Bodenwellen. Öffnet sich. 30. Links 4, öffnet sich. 50. Rechts 4, 60. Lang. Links 3, kurz, 60. In rechts 5, 30. Ränder. Rechts 3, links schneiden. Weg, dicht. Links 1. Waffe an alle rechts, öffnet sich. Links 5, überkuppe. Großer Sprung. Links 4, ist 4. Rechts 3, links schneiden. Weg, dicht. In spitz links, 40. Links 3, kurz, 40. Rechts 3, links schneiden. Links 5, 70. Links 3, sehr lang. Überkuppe, 60. Rechts 3, lang gehen. Geschafft. Wieder die Ecke hier. Mann. Was ein Käse. Trotzdem etwas besser. Ne. Aber die Gegner haben eine andere Zeit, okay. Ach man, wegen diesem blöden scheißkäsigen Dreher. Ärgerlich. Na gut, dann muss ich es halt so akzeptieren, wie es ist. Will es sich doch nicht ändern. Dieser blöde, käsige Dreher da. Mann. Scheiße. Okay, da ist es doch wieder Nacht, okay. Gucken, was jetzt kommt. 100, rechts 4, nicht schneiden. 40. 40. 65, fort. Rechts 4, lang. 30. Rechts 5, innen halten. 50. Influten. Rechts 5, links. Die Reihenfolge ist auf jeden Fall anders, der Strecken hier. Rechts 5, fort. Beengt sich 3, in rechts abbiegen. Beengung, in links 5. Beengung, innen halten. 30. Rechts 3, öffnet sich. 30. Links 4, in rechts 5. Beengung, 30. Knoten, 40. Rechts 5, in Knoten. 50. Links 5, fort. Links 5, fort. Scheiße, in rechts 5. Links 4, sehr lang. Innen halten. Rechts 5, fort. In Bodenwelle. Links 5, lang. Beengt sich. Überkuppe. Rechts 4, öffnet sich. In Achtung. Bremse, rechts abbiegen. Und Knoten, 100. Ach, Knoten, Gas. Rechts 3, lang. Öffnet sich. 40. Achtung. Bodenwelle. Links 4, sehr lang. Überkuppe. Rechts 4, überkuppe. Beengt sich. Links 5, lang. Beengt sich. 4, 40. Rechts 5, 40. Achtung. Bremse, rechts abbiegen. Öffnet sich. 80. Rechts 6, lang. Beengt sich. Links 4, beengt sich. Lang. Rechts 4, fort. Öffnet sich. Überkuppe. 30. Spitz rechts. Beengt sich. Links 4, nicht schneiden. Bis jetzt läuft der Käse ja stabil. 2, lang. Nicht schneiden. Öffnet sich. Überkuppe. Ach, du. Kacke. Nee, ey. Aber hier kann ich nochmal neu starten. Och, Mensch. Ich muss 1000 mal neu starten. Was mach ich denn? Bin wohl nicht bei der Sache hier. 100, rechts 4, nicht schneiden. 40. Was ist denn los mit mir? Das Ding ist, ich darf wahrscheinlich danach wieder nicht mehr. Ja. 6, 3, 60. Nicht schneiden. Sehr lang. In rechts 5, innen halten. 50. Influten. Rechts 5, öffnet sich. 30. Rechts 5, fort. Rechts 5, rechts 5, rechts 5, innen halten. 30. Rechts 3, öffnet sich. Links 4, rechts 5, beengen. 30. Minuten 40, rechts 5, influten. 50. Links 5, fort. Links 5, fort. 30. Rechts 5, links 4, sehr lang. Innen halten. Ach, Käse, Mann. Rechts 5, fort. In Bodenwelle. 6, 5, lang. Beengt sich. Überkuppe. Rechts 4, öffnet sich. In Achtung. Bremse. Rechts abfliegen. Mann, ich will zu viel. Jetzt zu weniger Risiko. Bremse. 100. Rechts 4, nicht schneiden. 40. Links 5, fort. Rechts 4, lang. 30. Links 3, weg. Nicht schneiden. Sehr lang. Rechts 5, innen halten. 50. Influten. Rechts 5, öffnet sich. 30. Rechts 5, kurz. Beengt sich 3. In rechts abbiegen. Beengung. In links 5, Beengung. Innen halten. 30. Rechts 3, öffnet sich. 30. Links 4, rechts 5. Beengung. 30. Knuten. 40. In rechts 5, in Knuten. 50. Links 5, kurz. Links 5, kurz. Schneiden. Rechts 5, links 4, sehr lang. Innen halten. Rechts 5, kurz. In Bodenwelle. Links 5, lang. 60. Überkuppe. Rechts 4, öffnet sich. In Achtung. Bremse. Rechts abbiegen. Und Knuten. 100. Links 5, verengt sich. 2. Sehr lang. Rechts 3, lang. Öffnet sich. 40. 40. 40. Achtung. Bodenwelle. Links 4, sehr lang. Überkuppe. Rechts 4, überkuppe. 50. In links 5, lang. Beengt sich. 4. 40. Rechts 5, 40. Achtung. Rechts 4, rechts abbiegen. Öffnet sich. 80. Rechts 6, lang. Verengt sich. Links 4, verengt sich. Lang. Rechts 4, kurz. Öffnet sich. Überkuppe. 30. Mit rechts. Verengt sich. Links 4, nicht schneiden. Rechts 3, lang. Nicht schneiden. Öffnet sich. 60. Überkuppe. 60. 60. Nicht so schön. Rechts 5, 60. In links 4. Vollwertung. 20. Anhandel links. Nicht schneiden. 60. Rechts 5, 60. Verhaust 30. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Ach, komm, ey. Links 4, lang. Verengt sich. 150. Rechts 4, rechts 4, links 4, keine innen. Sehr lang. Achtung! Fremde. Rechts abbiegen. Durch Tor. Verengung. Rechts 5, nicht schneiden. 60. Lang. 30. In links 5, nicht schneiden. 40. Licht. Spitz links. Rechts 4, lang. Überkuppe. Inslosen. Rechts 4, rechts 4, links 5, 100. Achtung! Links 5, verengt sich hier. Verengung. 30. Links 5, überkuppe. 40. Rechts 4, nicht schneiden. Und Achtung! Vollwertung. Anhandel links. Öffnet sich. Bergauf. 40. Rechts 5, überkuppe. 30. Links 5, überkuppe. In rechts 5, links 3, überkuppe. Rechts 3, überkuppe. In Inhalt. 30. Ach Gott ey. Das wird wieder nichts. Rechts 2, nicht schneiden. So viel Käse wieder drin. Geschafft. Puh, mein Gott. Ja, wieder nur 6. Rechts 3. Ah, ist zum Heulen. Scheiße, Mann. Ach, kommen. Ach, was soll das denn hier? Geh doch einfach zurück. Gott. So, aber es scheint jetzt besser zu laufen, habe ich das Gefühl. Tatsächlich schon. Aber diesmal sind es alles unterschiedliche Strecken bei Italien. Das finde ich schon mal schön, anstatt immer die gleichen. Oder ist das wieder die gleiche? Nee, ist doch wieder die gleiche, oder? Ja, jetzt reparieren wir erstmal. Moment. Nee, ist doch wieder die. Ah, das ist doch, das ist doch identisch zu. Das sind doch die gleichen Strecken. Ah, nee, das sind doch die gleichen Strecken. Das ist ja schon mal gut. Na gut, da kann man wieder was rausholen. Aber ich bin mir sicher, dass ich diese beiden Strecken letztes Mal. besser gemacht habe als das. Naja. Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal bei diesen beiden wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bisschen Neustart-lastig, aber ich wurde ja mit den Neustarts auch oft bestraft. Naja, was soll's. Naja, wie auch immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit WRC7. Bye, bye.